Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wahrheit sagt Oder die größte aller Herausforderungen Patenenkel Wir müssen doch mal irgendwas machen Bei Philippa ist wenigstens immer was los Die mit ihrem Enkeldienst Schulz Ja, vielleicht soll ich das auch mal machen Das wäre der Yannick Der Yannick hat gleich eine Zeichnung geschickt Und wer bin ich da? Die da in der Kanone drin Der schießt sie raus Willkommen in der besten Zeit ihres Lebens Ich glaube der Kontakt zu dem Jungen würde dir sehr gut tun Ich habe mal eine alte Blockflöte gespielt Kann ich dir mal zeigen Sag mal, kennst du diesen Mann? Ich bin der Paten Er will mir seine Flöte zeigen Er hat ein riesen Ding Cool Ein alter Computer mit Drucker drin Ich will leben Und mich nicht immer nur sorgen Weißt du, wie das ist? Ein Mensch, der dich so nimmt, wie du bist Verreisen ist extrem teuer Für das Geld kriegen wir zwei Treppenlifter Was soll Victor denn mit mir? Das sind doch verschiedene Welten Willst du nicht mein Opa sein? So macht man das in einer Familie Meine Eltern sagen, wir essen nur Bio Dann überleg dir mal, wer der Gemeine ist Der, der ein glückliches Schwein tötet Oder der, der ein unglückliches Schwein tötet Enkel für Anfänger Im Kino excessive Es gibt Dein ises Die Die